Und als nächster Redner mit einer tatsächlichen Berichtigung, also da scheint sich die FPÖ an etwas zu stoßen, Walter Rosenkranz. Danke Herr Präsident. In der Hitze des Gefechtes hat die Frau Kollegin Tammandl den Herrn Abgeordneten Kickl hier als beschuldigt bezeichnet. Im Rahmen dieser Anfrage und auch sonst überall, der Herr Kollege Kickl ist nirgendwo strafrechtlich beschuldigt und das ist die Wahrheit. Nach dieser tatsächlichen Berichtigung von Walter Rosenkranz.